Der Prophet, bevor er uns das mitteilt, sagt er, Das ist ein ganz interessanter Teil, das spricht nämlich eine ganz bestimmte Form von Mentalität an. Es gibt die Mentalität unter den Menschen, die sich sagt, wenn etwas unangenehm ist, wenn etwas belastend ist, schwierig ist, aber er will es trotzdem machen. Es gibt da diese Mentalität unter den Menschen, die sich sagt, gut, ich warte, bis das ein bisschen leichter wird. Der Gesandte, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, sagt hier, Also er sagt, das Warten hat keinen Sinn, denn mit dem Warten wird sich alles nur verschlimmern. Es ist auch so mit dem Leben des Menschen, wenn du gerade jung bist und dir denkst, morgen und später. Es ist einfach so, dass du nicht jünger wirst und du wirst nicht gesünder werden. Das heißt, deine Situation, jetzt mal unabhängig von dieser Geschichte mit den Fittern, du als Individuum wirst nicht mit dem Alter stärker werden. Du wirst nicht weniger beschäftigt sein. Ganz im Gegenteil, deine Beschäftigung werden zunehmen, wenn du heiratest, wenn du Kinder bekommst, wenn deine Eltern bedürftig werden, von dir abhängig werden. Tamar, du wirst nicht gesünder und stärker werden. Jeder Mensch erkrankt mit der Zeit des Lebens, das ist so einprogrammiert. Mit dem Alter von 30 Jahren, meistens beginnt es schon, diese Gelenkeschmerzen, Rückenschmerzen, diese und jene Probleme, dann kommt Diabetes dazu in diesem verfressenen Alter oder diesem Leben. Tamar. Und du verlierst Lebenszeit. Und jeden Tag, der vergeht, vergeht ein Stück von dir, wie Al-Hasan al-Basri, Rahimallah sagte. Er sagte, Ibn Adam, du bestehst aus Zeit. Du bestehst aus Zeit. Du bist Zeit. Und jedes Mal, wenn ein Tag vergeht, vergeht ein Teil von dir.